Hallo und herzlich Willkommen! Ähm... Ich hab wieder ein Eis-Natschuh dabei Und... Deswegen werden wir gewinnen. Ja, schauen wir einfach mal. Das hat das Video wieder so lang. Hä? Ich bin wieder am spawnen? Nein, nein, das ist nur ein Item-Swag! Wieso? Das ist nicht so gut. Warum sind alle deine Alteams weg? Ne, nicht mehr alle meine Alteams, das nicht, aber... Aber ich muss halt wieder zurück, da wo ich die Alteams gesammelt hab. Am spawnen waren richtig viele Alteams meine. Ich muss meine Aufnahme auch noch hochladen. Weil ich war grad die ganze Zeit Fußverspiel, mache ich dann am Abend. Ja, perfekt. Hey, you're up to the rock line! Und mein Halbkanal werde ich so einen, äh... Zusammenschnitt, einen lustigen Hochland. Und mein Seilkanal, das war auch. Okay. Ja, dann Leute, habt ihr schon mal gemerkt, er macht auf jeden Fall Werbung in meinem Video. Ich würde mal sagen, das ist die Slack auf seinen Kanal wert. Hier im Bastard, hey! Schau mal, so ein richtiger Bastard. Hey, du! Schau mal, schau doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Behinderte Flieger? Ich hab wieder ne Fliege in mein Zimmer. Oh, schon wieder. Oh, behinderte Fliege 2.0. Bei mir geht es hauptsächlich um RP. Mende meine Videos gefallen und dann hab ich nen Dislike gegeben. Ich weiß nicht mehr, wo meine Höhle war. Ich verfickte Scheiße, ey. Kaka Lulu. Hab ich gar keinen Bock. Ich hab schon so viel Eisen. Oh, ne, man. Das kannst du ruhig jetzt nie auszahlen. Ist es da gewesen? Oh, fuck. 3 Creeper. Was hier? Ne. Boah, das ist scheiße. Schauen wir mal ganz kurz im Video, würde ich sagen. Weil gehen wir näher an die Border. Wieder eine Ecke aus, ja. Also, können wir ruhig weiter. Ich glaub, ich verlaufe mich jetzt nicht in die falsche Richtung. Doch, tue ich glaube ich. Jetzt hab ich auch noch die Orientierung verloren. Mein Leben ist echt scheiße. Ja, Leute, ähm. Notizen hast du irgendwas lustiges zu erzählen? Ich? Ich? Ja. Ich hab was ganz lustiges zu erzählen. Dann, hau raus. Also, einmal war ich im Klo. Ja. Dann hab ich geschissen. Lol. Auch auf die, äh, auf die Gesellschaft, oder? Mhm. Mhm. Okay. Was hat dich dazu veranlasst? Ähm, ja, ich wollte einfach mal wieder scheißen und dann hab ich gesagt, gut gehst jetzt aufs Flo und scheißt. Okay. Ist ja, äh, recht, ja, wie soll ich sagen, schon extrem auch. Ähm, hattest deine Wahl, äh, für den Nationalpräsidenten, hat es die beeinflusst? Ja. Inwiefern? Ähm, dass sie deshalb gesagt haben, dass ich jetzt scheißen soll. Ach so, okay. Also, sie haben dich dazu angestiftet? Ja. Okay. Wie bist du damit umgegangen? Hm? Wie bist du damit umgegangen mit deinem Gefühl? Hm? Wie bist du damit umgegangen mit deinem Gefühl? Sehr gut, sehr gut. Okay, so dass es schnell verarbeitet gehabt. Ja. Verstehe, verstehe. Ja, gut, dann, danke fürs Interview, würde ich sagen. Aber sie sonst noch was zu sagen und sie mal grüßen. Ja, ich grüße, ähm, mich selbst, weil ich so cool bin. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Würde ich auch verstehen an deiner Stelle. Ja, ja, ja. Tue ich auch, tue ich auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ihr Album dropping ja auch soon, oder? Warte. Ja, ich warte, gespannt auch, muss man ganz ehrlich sein. Heidmann dann mal okay. Keiner hat dich gefragt. Schon. Spaß. Doch. Irgendwie schon. Ich hoffe, das hat kein Weg. Wir sind nicht gegen mich schlägern. Ja, aber mit Videobeweis Eltern. Aber den Krieg recht, weil sonst könntest du zur Polizei gehen, wenn du da bluten, da wurden liegst. Gebrochen. Kopf abgerissen. Ja, okay, wir finden den Ofen nicht mehr. Das ganze Eisnis futsch. Wegen einem Bug in diesem Projekt. Wow. Wir müssen uns neues besorgen. Nein. Schon. Was machst du eigentlich jetzt die ganze Zeit? Ich laufe hier rum und... Soos de Kripp, oder? Okay. Ich hoffe, dass irgendwo items mitten am Boden liegen. Das hat mich jetzt ziemlich aufgeschmackt. Überall sind diese scheißverfügten Kack-Kripper, die niemand braucht im Leben. Ich bin dabei. Ja, das ist voll unlogisch. Du schaust in eine andere Richtung, ey. Halt du mal deinen Maul lieber. Halt du mal deinen Maul lieber. Nrg. Da gibt es Schaden. Ein Schaden. Ich hab auch mal mit Hose ist mir da aufgefallen. Es sah nicht so gut aus. das wird alles weiter als ob du nach dem film auch noch so viele 10 abonnenten bekommen hast ich hab da noch mal mitgemacht ach so was am opfer ja warum nix waschen okay bist du schon stark er hätte dabei er nicht sicher hätte dies klar ich weiß nicht ob die ganze aktiv werden ja bis jetzt schon ich bin sehr aktiv was machen sie denn sie schaut sich die sender und sagen dann was aber die sender schafft richtig viel aufruf in der zurzeit mein flock 130 auf mein bestes video genannt hast ein bisschen clickbait aber clickbait bedanker die sandachter extrem ist halt clickbait nicht für meine abonnenten sondern für leute die zuschauen es ist so meine meine videos sind so gemacht die haben jetzt nicht direkt die aufrufe am anfang haben sie gar nicht so viel aber mit der zeit kriegen sie halt mehr ich kann ja mal schauen wie viele muss erst mal checken wie viele abonnenten 142 art kurz scheiße muss halt danach noch zwei montage machen es nicht scheiße es dauert lange mein bestes video 128 aufrufe acht die sechs und 17 likes und 25 keine ahnung keine ahnung kann so sagen ja kann man auch sagen kann man auch sagen ja ein bot wieder war mehr aus sein entschließend ein Wort wieder mehr die Schicksalten die Köln um die Nürnchen nun ich bin wieder in der Höhle Lowe ich bin jetzt in eine andere Höhle gegangen die mit der Höhle die ich meinte verbunden Lolliger volles Glück erläutig sich nur ein das ist aber echt es hat sich nicht so genießen Loll das ist ja auch für den Hof für den Kopf aber nicht aggressiv sein oder schon ein bisschen zeigen wie hat man es ohne noch fünf Minuten Leute das wird kurz spannend wie kann man M aus einer M Playlist also aus einem Abschnitt ein Video entfernen z.B. das am Anfang beliebte Videos dann Montagen Montages bei mir dann kommt zwei Begens aber da ist ein Video drin das soll nicht da rein klickst du da drauf und dann klickst du auf das X oder ich mach's dir nachher wenn das nicht checkst ich mach's dir gleich hier muss dann nichts der Zeit hätte sich a das ist ja scheiße es ist ja nicht mehr penis penis heute habe ich mehr 100.000 millionen meine beliebteste montage ist banning mit 22 aufrufe dann kommt das beste intro sein twerk intro das hat 170 aufrufe dann kommt ein pvp pack was das hat 145 aufrufe und mein bestes video hat 28 dann kommt hier ja xpvp 114 und dann kommt von der wörz von toucher 1 des übrigen es richtig scheiße er ist extrem scheiße hey warum ist froh hier abgenommen 99 aufrufe ist aber hinter pre-mix um nicht so schnell aktualisiert das ist mit dem rutschen besser ich bin der hundertste aufruf von dem video zählt das warte nein ich glaube es hätte ich nach ihr nicht darauf klicken du hast es dir ist hier schon mal geschaut ja leckst du eigentlich deine eigenen videos er grünen ja wer es nicht machen ist ein richtiger lehrer wie jeder leiten ein minst einmalig für ich lege nur die videos die ich gut finde das sind alle von mir sonst gar kein ein wenig sein ein wenig ist wer er verbreiten sie hat am besten sie werden glaube ich auf twitter auch angezeigt vom twitter-account waren leute ich frage mich jetzt echt wo dieser scheiß verfickte wundern auf dem markt das ok 33 eisen machen wir uns erstmal schuhe dann sind wir full iron ja ok dann hauen wir mal ab und gehen ein bisschen weiter weg von der border falls sich das noch in zweieinhalb minuten ausgeht ich habe immer noch meinen eishandschuh da aber der ist immer noch geil wer ist derzeit denn dein lieblings youtube über märkte ein schweizer schweizer warum so wirst du gerne mit dem aufnehmen Nein. Ich habe mich zum Thema gepusht, äh, Pushing und so wird nochmal ein Video kommen. Würdest du nicht mit dem Johnny Zack gerne aufnehmen? Doch. Schon? Ja. Wie oft? Sehr oft. Okay. Ja, ich renne mal ein bisschen weiter in Richtung Mitte. Was denkst du über Dailymotion? Nichts. Scheiße, jetzt schaffen wir es nicht mehr in die Mitte, sonst hätte ich ihn jetzt, äh, getötet. Wies sie natürlich auch, aber das Problem ist, wir schaffen es halt nicht mehr rechtzeitig. Maki, wir nehmen dann im Anschluss gleich noch ein Video auf, okay? Okay. Aber ich, ähm, hole mir jetzt kurz ein, aber erst um 20 oder 21 Uhr so. Hä, warum? Weil, ja, okay, dann machst du jetzt, weil ich muss noch zur Tanke fahren. Zur Tanke? Ja, ich fahre jetzt nicht schnell zur Tanke. Ja, das dauert in eine Viertelstunde so ein Video. Aber was brauchst du denn nicht? Hey, das war, ist das Warrotamp nicht schon fertig? Nein. Wird sie hier fertig werden? Weil nicht, ja, dann schon. Hm, Salah Game ist dem Spiel beigetreten. Bist du noch? Ja, ich habe noch drei Sekunden Zeit, aber dann werde ich gleich die nächste Aufnahme starten. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.